FOLLOW ME, BECAUSE THIS IS BLOCKS LOL Also ich sag mal mein größtes Problem ist mit diesen Eher dass ich ähm Stopp, mach weg Hilfe, Hilfe Ja ich komm ich komm ich komm ich komm Ich laufe Shit 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 Laufe Da ist noch ne Nami Oh LOL Mein größtes Problem ist eher mit Lee Sin Datt ich äh Nicht tanky genug werde Und lol der kriegt den zweiten alter wat Äh Alter Lauf doch weg Den lauf doch weg man Er geht weiter rein Alter Ja das lief doch verdammt gut Ayo Direkt gefeated Heat for the win Ayo Aber so kann ich direkt die Recall Animation sehen Oh man ey Und Fever Der Invade war nicht gut Ne aber die Recall Animation auf jeden Fall sexy Sexy auf jeden Fall alter Die meinte ich ja auch Die meinte ich ja auch Die meinte ich ja auch Drinnen lass oder rausschneiden Uhhh Kannst du Von mir ist das so Alter Ich dachte gerade die scheiß Leona klappt auf mein Blue ey Egal Was geht ab meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends Wir machen weiter Zweite Runde mit dem Dark Sky AP Dark Sky AP Und ich spiele wieder Katharina Und jetzt habe ich auch das super geile Geschenk vom Dark Sky Von Markus Mit am Start Die Projekt Katharina Und wir haben hier gerade schon einen fetten Fight gehabt Und äh Haben wir uns nicht darauf gehalten Ach ja genau Was hast Also wir haben ähm Ignoriert die Zahl Die da oben rot Äh In rot rechts in der Ecke steht Die hat ähm Nichts zu bedeuten Ähm Ähm Das ist irgendwie ein Fehler Von Rito Äh Ich darf auf jeden Fall gegen Oriana ran Oriana Die wird mich wahrscheinlich erstmal drückt rein pushen Aber es spricht da haben wir auf jeden Fall ein Gang Opfer Du hast Opfer gesagt Du hast Opfer gesagt Boah Die will's wissen Die will's wissen Aber die ist low Die will's wissen mal Ja was glaubst du wo ich bin What the fuck Shit Nein Ich krieg's die nicht mehr Wie hat die mich denn jetzt kaputt gekriegt Ich glaub die Minions alter Ich glaub die Minions war's Ich glaub die Minions war's Na gut Oriana hat den Kill gekriegt Aber ich glaub die Minions haben mir den Rest gegeben Ärgerlich Es hell Aber egal Bisschen Farben für mich Ja ich sag mal so Ne Die Kills Für mich Die kommen eh immer erst im Late Game Beziehungsweise Mid Game Ne Das ich jetzt am Anfang so gestorben bin Ist alles noch Alles noch in der Norm Ne Er gibt ja bei mir so ne Das gehört alles zu unserem Master Genau Zum Master Cutter Plan Ne Dann ist alles Alles in Ist alles noch im Lot Alles Alles gut Na Oh ich finde ins Oh ich muss Ich muss mir heute einschleunern Alter Markus ich werde an dich denken Ich werde an dich denken mein Freund Oh das macht mir schon Oh wow Ja ok die Shyvana gammelt mit Smite auf der Toplane rum Hohesch Hei Hei gingen gegen Oriana ist halt nicht so So einfach für mich Weil wegen Oriana vielmehr in Instead wie ich Ich komme ich komme ich komme ich konnte das mich doch einmal in Ruhe Ach komm verziehe ich Versuch der Kommune Habe ich gerade gesehen Ach komm ich war nicht am hätte ich mal nicht so große stöne gespuckt dass ich ihn richtig aufs korn nehme man joriana ist auch direkt gemoved ja wenn man sich so denkt dass sie jetzt irgendwie troll pick und so haben wir uns doch ganz schön weg belassen war dass er mit dem feier so weiter so weit kommt alle dabei war ich auch da aber hey das sind alle die römer hatten köln ist die noch ich habe es ist gekriegt wo ich muss mich jetzt erst mal an den jungen halten also krebs von mir war ja alles gut wir müssen erst mal sowieso jetzt ein bisschen Ruhe hier wieder reinkriegen ja sonst werfen wir zu viel weg ich liebe es weißt du weil die sind jetzt nur zwei kills vor uns das kann man auch ausgleichen ja klar war's ab bis ich meine ult habe ah das ist ein fight der gut läuft und das ist gut ja klar das geile ist ich habe ja so ein ausgefuchsten bild dass ich allerdings da ach dann mit dem froster machen oh alter jetzt ist er jetzt ist der stricher schon wieder bei mir mann ne 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 ich habe so richtig abgekammelten item bild sage ich jetzt mal äh der wird im late game auf jeden fall richtig damage machen ok bei dem master hier äh gehe ich richtig auf lifesteal und äh attack speed ok ok crit auch ja ein bisschen boah ey 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 du kommst jetzt her mehr die ori ist low aber ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ja ne ne geh weg die bot lane kommt ansonsten kriegt die missforge auch noch ein paar kills ab das wollen wir doch nicht ne das wollen wir wirklich nicht denn geht rein nein aber hey hat sie bekommen ne ja lol ja die nami ja ja der gin hat sie bekommen also die nami bekommen ne die ort lol boah wenn die den machst wenn die den diesen jetzt noch bekommen ne dann fresse ich echt ne ne die kriegen den oder ne doch nicht ja komm go 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 bin da ich bin da ich bin da nicht doch 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 komm geh rein geh rein nein die hat den die dominion gelastet deswegen ist er zu mir geflogen und er wusste da schade erhaut jetzt sowieso da dann warst du egal nimmt der taur greift den taur an er war sowieso ein wort okay echt wort ah shit habe ich nicht gesagt red ward egal ob der turret oh die 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 oriana kommt runter an der die hat nur gewordet ja bringt sowieso nichts meff ist wieder da allerfaller dieser backport ne von diesem grandiosen master hier die recht ach war ich noch in der reichweite von der ult ach das war so close jetzt shit port beat egal ähm wir holen uns in übergroßen Schwenge dachte der jungler mit 0,2 ja ich stehe auch nur 0,2 also was das geht ja aber du hast einen assist naja gut ja mein und das war schon ziemlich close jetzt aber die riven die gammelt gerade auf dann werde ich die ori holen die kriegt die auch oder oh komm schon bestse oh lol oh no holy shit ey wir sind aber auch unlucky ne komm warum pingt mich jetzt die leona was ist ihr problem kein blassen von mir haben egal wir gehen jetzt mit 2 an den tower ja quatsch ich glaub die quatsch ich glaub die wollte mich nur ping um nochmal aufmerksam meinen ach so geilen es geht es geht zu machen oh 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 wieder ihr holt alter steht ich kann mich nicht gegen einen altern war nicht so wichtig als sie in altona irgendwie zwei fotos angebrennt haben angebrannt haben naja ich werde fast für für fünf wochen insgesamt werde ich auch noch mal in hamburg gewesen da fährt ein kollege also wäre ich auch da in den namen wo wären wir da gewesen aber keine ahnung da war ein bisschen weiter weg aber wir waren ja diesmal waren wir eher so selber wenn du von 33 kommt dort wird war dafür eine autobahn er war gar nicht die 33 welche geht da durch den elbt um die siebene ist ja egal wir waren ja unten in dem kongressviertel um diesmal wenn wir glaube ich irgendwo oben weiter gewesen aber keine ahnung welcher stadtteil war dann war naja war auf jeden fall lustig wie die ganze wie irgendwie fest in westen hamburg irgendwie nur noch eine schwarze rauchwolke zu sehen war ich sehe das ein bisschen auf facebook ganz ehrlich weißt du die kann das auch machen weil die hier nicht in hamburg wohnen weil mich dagegen war der film jetzt die rösen wieder gekriegt bei mir kommt die botlein ich glaube die sind nicht so friedlich gesandt wie ich er ist hier die baulein okay jetzt habe ich einen kill ks war meiner easy junge sehe ich jetzt nicht ein komm lass den turret hier holen lass den turret holen ks afkar war ein ks boah alter fall ich dachte gerade das komm mal weg shit ahhhh lol der hat mich von da bis da mit der e getroffen alter shit man oh was war das denn alter die q ging doch wohl auch voll daneben alter heftig weil ich hintermännern auch noch statt ja ne die ist voll den knick geflogen alter ohne witz ich hab's genau gesehen oh alter ich hab's auf tape oh die wollen mich ich wollte meine q noch aktivieren spiele nie mehr jetzt ist doch mein turret der erste der fällt der gegner hat einen ahhh lächerlich alter lächerlich lächerlich das ist mal weg echt hehehe heiss 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 ja also das war aber wiederum letztes game lief das viel zu gut anscheinend boah die mf die ist so low ich hab meine ulti ich will unbedingt greedy sein aber ich hab wieder ne nur leute die mich countern ne mit meiner ult die ori countert mich komplett der leeson geht mir auf den keks muss ja also das top land glück soll er mir bloß nicht auf den sack erinnern und die ori ist wieder so low alter roundhouse kick also ich bekomme die immer wieder low aber ich krieg die nicht gekillt das letzte bisschen fehlt immer ok jetzt kommt der leeson zu mir war das letzte bisschen sein ne der geht wieder nach oben soll ich mal das letzte bisschen sein ja naja komm mal warte noch einmal auf die nächste queue ach so bist du schon drin ja 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 halt wie viel damage machten die und von ich würd sagen meine stats waren auch schon mal besser aus oK da man sehr belastend gerade Ah ich find den so sexy den skin ne wenn die da so rum tänzeln ne 82 Ah da tänzelt auch mehr oder richtig sexy halte der allein schon nur der anfang an der skin alle da haben die sich richtig weit einfallen lassen alter fall dass die missfortune hat wieder höchstens 10 hp man nicht jetzt wieder so weg snacken okay jetzt habe ich sie hat er wird langsam wieder ich fange an zu rasieren jungen jetzt geht ab hier und ich und ich war noch hinten wie jetzt direkt den nächsten über stelle aus über große schwingen ist auch am start elizabeth botnett erbortzeit leidt leidt schlecht ein eigener bot leidt am scheinenden bauleid jetzt habe ich was auch wenn es einiges mögen ich kann das lied echt nicht ab jetzt wenn ich dort hör einfach so damals anscheinend so oft gehört dagegen bekommt so wenn ihr dort hör krieg ich direkt ausschlag okay ich glaube ich muss mal hier rein stehen ein er hat bloß geklappt okay ich komme ich gehe auf die uri auf die uri ich guck dann das kommt als strafe nicht zu spät nein du es nicht scheiße einfahren ich habe meinen denken nicht so ganz perfekt geworfen mal gut denn als er kann es ja sowieso nicht so wirklich was man den dreck holen das nicht aber erst mal kurz von drake abdänzen das einfach nur richtig geil aussieht hat aber auch mit richtig hart die Technologie drauf wo hat mich noch bekommen holol ich lebe noch ich lebe noch wo aber ich lebe noch ich bin der Karte die Karte kommt immer wieder raus ey ich bin der einzige der überlebt hat ey aber wir haben den drake gekriegt ne ja wir haben den drake gekriegt so glück mit den Hextech-Boxen und was du hast jetzt kommen aber sieht schon geil aus reported ah jo dann hat schon, dann hat schon swag warum weil ich jetzt kann und her ach jetzt weiß ich was ich hier anders gemacht habe ich packen also ich habe mir das dings nicht geholt man hat mich gerade die ganze deck gewundert ich habe wie kann ich denn jetzt scheiße ich hab das falsche item gekauft fuck it wie kann ich denn jetzt schon mein zweites fettes item haben wenn ich äh äh so früh in dem game ich habe mir das Hextech-Gunblade nicht geholt ich komme ich bin hier ich bin da watchen ah ich da ist sie da ist sie oh 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 meine ah shit meine ich habe nichts mehr komm Hose dir Hose dir du dreckige Tuse nein meine Holt ist weg oh 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 guck mal wer da kommt oh 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 guck mal wer da kommt ich bin weg sieh da 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 kacke ah die hat sich so blöd bewegt sie ist auf mich zugelaufen und deswegen habe ich alles verhauen was ich hatte alter boah ich hasse ich kann das echt nicht ab wenn Leute mich dauernd ping naja ich kann auch nicht ab oh man richtig schlechtes game gerade für mich also äh negativ so was ab und nach spiele ich rainbow six und ich rasiere da äh äh ja der ist ja eh lag game naja mein Bild vor allem was ich habe ja leck weil den Bild den ich hab da braucht man echt alles zusammen ansonsten weißt man nicht wirklich braucht ihr eventuell noch ein bisschen Hilfe auf der Mitte ne 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 djinn mach das ich werde nicht gebraucht ich gehe auf K tschüss nahrer furcht oh shit oh alter lass mit lane Ruhemann chrissy jetzt kriegste ich dir umfresse von mir hier bildgewasser warsch jawoll haben mit mit come mal die jawoll wir den nächsten kriegen wir auf o obwohl wir haben keine keine minions keine minions jetzt 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 aber da kommen die direkt naja jetzt hat er dann haben wir auch den haben wir wo komm mal wer da kommt nahm ich muss shoppen ich muss mir jetzt auf jeden fall allerdings und gut ich werde jetzt ihre pings stumm ansonsten springe ich gleich hier wieder weg okay ich bin weg oh ja noch eine qv da war close man aber ich glaube die wollen jetzt einen mittler haben jetzt attacke wir müssen schon ein bleib da bleib da bleib da aber die hätten wahrscheinlich sowieso bekommen ich hätte auch nicht machen können die namen hat mich er geboxt kacke und ist fast tot alter fd ich habe den damage gemacht er hat gewusst dass ich die so down heute welche welche richtig reingegangen alter ich wollte nur poken die waren am besten an kitzeln dachte du kitzelst mit mir die shibana so nennen ich habe gedacht wollte solo machen hast du da so gesagt so ja wie es dann kommt der listen ist hier noch ist sind alle 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 kommen hier zu zweit hilfe ja hier sind alle weg 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 ich danke dir weil eine großartige helfe werde mich auf jeden fall revanchieren in den ich dir mein schwert so tief hinten rein rammen das ist aussieht das wäre so ein kebab am spieß dann krieg ich nicht mehr der kick zum alter maschine kacke aber die dicks krieg auch noch leute executed ich habe gedacht die orianna krieg auch noch ist aber auch ekel aber das ding ist gegen mich so keine chance gab war da damit ich hoffe nicht hallo jungs lasst mich in ruhe komm schon meint sie die gehen noch ein ich kann mal mit ihr auf die mitte lasst uns machen okay da ist die uri und die shivana war heftig auf die dings pass auf dass er die sind drin die dienst mf das habe ich rechtlich allerdings sind war schon am drake fragt man aber die orientalte mit 84 eine kd ist so okay ich stehe 084 ich dagegen hast was im spiel vergraben wenn du nichts dagegen hat so schlecht stand ich noch nie in meinem ganzen leben aber doch ich habe schon so ein paar games gaben mit dem ich auch nur gefällt hat naja ich hätte nicht nicht so reinlaufen dürfen ja das ding ist halt entweder du was sie ist oder du hast verkackt direkt eigentlich alles perfekt ende aber hey ich habe zumindest mein zweites item fertig da schon mal etwas doppeltötung jorings faust weiß nicht wohl wenn die untertauer ist könnte ich ja eventuell reingehen ich glaube die get back hinter uns die ori aha aha oh wow naja gut die river hat sie noch gekriegt heftig alter vor allen Dingen ich verstehe nicht wie oft hat die denn ihre ulti alter die oriana die hat mich gerade da oben mit der ulti gekillt und jetzt hat sie die da unten schon wieder gehabt alter dies übel schnell mit ihrer holt ja ok ich habe ich solo macht müssen zu viel damit schon mehr auch schon gut geschluckt also die waren nur noch half live also mit der bei der ori muss ich aufpassen also die macht echt der mit ist auch viel der mensch aber gut auch jetzt ich vorhin richtig auf geht naja aber im großen ganzen ist auf jeden fall noch nicht verloren hier jeden fall nicht wir stehen eigentlich aber ich habe ein bisschen den pushen das aufgaben ja wir müssen top lane im auge eine riesen er noch doch null aber deren weh ist raus von der schiefer von der uhr gut jetzt wieder ab sein nicht wundern er ist doch wieder cool oder du war jetzt im back naja die hat 20 prozentige cooldown jetzt nicht so prickelnd also aber 20% haben oder nicht haben okay diesmal holt mich nicht getroffen alter du gehörst mir du gehörst mir du nein ich wollte gerade wegflächen alter namier hat mich noch bekommen durch ihre die blöde und von der uhr und ihre wc gut getroffen hat hat mich richtig aber jetzt geht er auch drauf ne doch nicht nur da 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 lauf darum ich habe ein paar seiner mien gelegt wenn ich er wäre ja jetzt ist der a-rip so und dann war klar ne viel zu lange da rumgepimmelt das war ein der hat zu lange rumgepimmelt der hätte früher weggegangen 1 1 zielig aber er hat voll viel gold das was er hat fast naja naja aber ich mache jetzt auch schon gut an diesen komischen jungelfiecher ich habe glaube ich eben gerade nur fünf ist wieder eine mitte und auch der kommt zu dir der vogel direkt weg gehen ist wieder voll drin ja scheiße dass ich jetzt meine ultra für keine ahnung alter ich stand auch schon wieder da und da habe ich den ding den damage von der links gekriegt alter den damage von der w hier auf einmal stand und weg war ich naja ich habe auch irgendwie wieder aus kilometern die den damage von der w von der uri bekommen obwohl ich gar nicht mehr da stand so manchmal ist das game einfach voll langsam mit der hitbox die visualisierung ist schneller wie die hitbox alter wenigstens war das damals damals war als die show legends ja noch relativ bei der aufbau phase war da jetzt mal ganz ehrlich man konnte damit master je ein bild raus klatschen da war der bei text bieter so schnell dass die animation gar nicht mehr hinterher kam ein hohen das richtig lustig aus ja auch er hat sich die bilder von früher alter sowieso alter wenn du mal guckst also wie broken die ganzen champs so waren das ist schon brutal damals war wo ich schon echt auch wenn ich ihn gerne spiele die haben den drag gemacht da habe ich gemerkt ja ich kann mir gerade diese komisch dafür dass ich gar kein killer von 05 assist mache aber trotzdem ganz schön gut mit der mensch bei den gegnern ja die verfahren 113 das ist man schon eine ganze menge sind genauso der dfg 113 und er ist echt kleine nervige stuben fliege wird man sagen wir sollten besser auf den worden so jetzt komm herr shivana alter du gehörst jetzt hier du komm schon komm schon komm schon komm schon der djinn nein shit das was ich mal die shivana von mir weggeguckt hatte der engage war nicht gut weil die shivana uns richtig gut lenken konnte dann habe ich meinen flash auch noch ein bisschen verkackt der fight war jetzt richtig broken der war richtig dumm für uns kann man jetzt nicht kann man nichts gegen machen naja wir brauchen einen tp äh this ye hihihi ah lass einfach reden alters ok die haben den baron gemacht lass das blut vergießen weg wie schnell sollst du denn du pushen alter ja genau 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 der richtige der djinn ist auch nicht viel besser voll mal weiter kleiner ey ganz ehrlich bei dem djinn da muss man auch nur die ult rein schnallen wenn man genug damage macht kann man die meisten one shotten ach oder ult und schon eigentlich reiner one shot scamp äh ja one shot scamp mhm hehehe ein deutsches rip junge hehehe teilgenommen hehehe ja teilgenommen hehehe oh alter die gammeln bei mir jep bei mir auch ich bin ja direkt bei dir die uri gehört jetzt mir ey noll uri nicht drauf gegangen ach komm ach die dings auch nicht alter ach weil die geflasht ist vorsicht wir sind stupid junge ach jo ach die dings alter die 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 nami die hat auch so viel scheiß glück jetzt gehabt ne da hat die noch weg geflasht ist und dann ist die mir aus der sicht daraus geflasht dann konnte ich nicht mehr zu der hinspringen aber ich weiß gar nicht was der dinge sich aufspiel da auch auf ihn gehen da wird er auch wird sein na klar ja seht ihr ey ganz ehrlich die hat ihn richtig weg gehauen gerade ach das ding ist gelaufen scheiße die letzten zwei fights die waren dumm shit generell dass du scheiße angefangen hast ja die kann auch 14 11 11 man das ist echt naja egal jetzt kann man nur hoffen dass die eine höhere elo hatten damit wir nicht so viele punkte abgezogen kriegen ich hab jetzt minus wieviel bekommen minus 17 hab ich bekommen b plus damage graph naja wieder zweitmeister der damage im team Leute ich bin doch besser als ich dich 14 a5 ok vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal haut rein